2. Juli. Machen Sie sich bewusst, was Sie schon alles erreicht haben und feiern Sie dies auch. Es ist ein Sonnenqualitätstag, ein Sonnenscheintag und wenn möglich, sollten Sie diese heute auch ganz bewusst genießen und nicht nur drinnen arbeiten. Vom Gefühl her ist heute bei vielen etwas Egoismus spürbar, wobei ein Teil gesunder durchaus hilfreich sein kann. Die Kehrseite ist dann der Selbstwert und ein Problem damit. Und wenn Sie das spüren, gehen Sie raus in die Sonne, spüren Sie etwas die Erde, gehen Sie barfuß, das baut Sie auf. TV 21 Austria. Einfach anders.